Hier sehen wir den Stund, das Wassersportparadies. Hier kann man auch Jetskai fahren. Und Matthias, mir gefällt dir der Club. Mir gefällt die Anlage hier sehr, sehr gut. Sie ist total kinderfreundlich und familienfreundlich. Sie ist unheimlich weitflächig und auch der Strand ist wirklich traumhaft schön. Vor allem ist es hier Sandstrand auch. Und vor allem der Abschnitt hier vom Strand ist auch richtig schön breit. Und schön nah alles. Direkt vom Pool bis runter.